Heute kochen wir Upomara, ein Frühstück aus Kerala. Die Hauptzutat hierbei ist Grieß. Dieser wird erst einmal erhitzt. Anschließend geben wir in eine Pfanne Kokosnussöl, lassen dies heiß werden, schwarze Senfkörner, Zwiebeln, Ingwer, ebenfalls noch Curryblätter und Cashewkerne. Dies lassen wir etwas braun werden, geben noch Kurkuma-Pulver und Salz hinzu. Anschließend die Karotten und gießen dies mit Wasser auf. Wenn es richtig stark kocht, ist es Zeit den Grießen zuzugeben. Einmal gut aufkochen lassen und dann unter geringer Hitze weiterköcheln lassen. Fertig ist unser Frühstück. Mh, fantastisch! Kombination mit Bananen. Mh, fantastisch! Aber, warum ist die Karotten söz wälder, liebounding Dear 단ge,